In den USA ist heute an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnert worden. Mit einer Schweigeminute gedachten in New York die Anwesenden um 8.46 Uhr dem Zeitpunkt, an dem das erste Flugzeug im World Trade Center einschlug der Toten. Angehörige lasen anschließend die Namen der Opfer vor. Bei den Anschlägen mit vier Passagierflugzeugen waren insgesamt fast 3000 Menschen getötet worden. In Barcelona haben hunderttausende Menschen für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien demonstriert. Sie forderten unter anderem ein neues Referendum. In wenigen Wochen werden vor dem obersten Gericht Spaniens die Urteile gegen führende Separatisten erwartet. Ihnen wird unter anderem Rebellion vorgeworfen.